Ich werde doch gleich 100 pro abgestaubt oder fallen Lava oder so, irgendeine Kacke. Aber können wir jetzt nichts machen, shit happens. So Leute, was geht ab? Wir kommen zu einer neuen Folge Minecraft Survival Games. Mal wieder auf gommahd.net. Ihr habt das letzte Mal schon recht gefeiert. Aber ich muss sagen, mir hat es auch ziemlich viel Spaß gemacht. Deswegen nochmal eine Runde auf gommahd.net. Schreibt mal in die Kommentare, Hashtag dasmc oder Hashtag gommahd.net. Oder sollen wir es vielleicht abwechselnd machen? Schreibt es einfach rein, wie es haben wollt. Genau. Und wenn ihr jetzt Gommel nicht so gerne guckt, dann hatet einfach nicht rum, wenn ihr jetzt mal Gommel kommt. Und ja, schaut euch das Video dann am besten nicht an. Würde mich freuen, wenn ihr das machen würdet. Und ein richtiges Thema habe ich wirklich komplett nicht am Start. Äh, außer, dass ich verplant bin und dass ich richtig gute Sachen bekomme. Ihr merkt. Oh nice, ich kann nichts öffnen. Oh nice. Okay, ja, das ist nicht schlecht. Okay, dafür, damit gebe ich mich zufrieden. Oh, scheiße. Okay. Okay, okay, ja gut, ja gut, hab ich gesagt. Ja gut, hab ich gesagt. Ja gut, das hab ich. Aber, Leute, ich mach natürlich wieder nicht die besten Runden. Das heißt, ich werde jetzt nicht dem Ultra-PVP-Spieler, falls ihr das gedacht habt. Ich werde jetzt einfach versuchen, irgendeine Runde zu gewinnen. Müsste machbar... Warte, der Hex? Nein. Müsste machbar sein. Ähm, wenn nicht, dann eben nicht. Oh, das wird Action auf jeden Fall wieder komplett confusing, was ich hier mache. Dass ich gleich wieder schön nachsynchronisieren kann. Ähm, ich werde euch jetzt einfach mal zeigen, wie die Aufnahme aussähe, wenn ich nicht nachsynchronisiert hätte. Das hast du echt so verdient. Ähm, dann würde das nämlich ungefähr so schön asynchron sein. Alter, wieso kann ich manchmal nicht mehr sprinten? Das fackt schon übel ab. Und das ist der nächste... Okay, der hat einen Skin. Den kenn ich schon. Der ist eigentlich ganz nice. Ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall von irgendeinem Zuschauer... Steht der? Nein. Okay, ähm... Auf jeden Fall von irgendeinem Zuschauer... Wenn du dich jetzt gerade angesprochen fühlst, schreib mal was in die Kommentare. So, jetzt hab ich gleich auch mit dir, Brustpanzer, wenn der jetzt mal stehen bleiben würde. Natürlich nicht. Natürlich rennt der einfach dezent weiter. Und ich hab ein neues Texture Pack. Und, äh, wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, ist mein, äh, meine Maus jetzt auch so ein bisschen anders. Und zwar, äh, ist es jetzt so ein Kreuz. Ähm, liegt einfach daran, weil ich schon immer im, äh, Kisten-Aim richtig scheiße war. Habt ihr wahrscheinlich bei meinen Videos auch schon festgestellt. Und, äh, das verbessert das halt schon bei mir, äh, recht gut. Weil ich dann halt so, ähm, das Gefühl hab, dass ich ein Kreuz bewege, wie hier in mir ruft. Ähm, jo. Finde ich schon ganz nice. Warte mal, ist hier eine Hose? Nein. Äh, okay. Ich bräuchte alles... Hab eigentlich alles bis auf eine Hose. Das ist natürlich ein wenig kacke, nackt rumzulaufen. Okay, nice. Ich konnte nicht zum Bogen switchen. Oh, Mann. Really nigger, meine Freunde. Fuck. Ja, Hotkey, funktionier bitte heute nochmal. Ähm, es ist dezent nervig. Oh, äh. Haben die nicht, haben die nicht vorhin noch gesagt? Äh, wir haben die ganzen Flags gefixt, Alter. Hier ist nichts gefixt. Gar nichts. Nichts ist hier gefixt, Alter. Es ist, wenn dann, noch schlimmer geworden. 42. Leute, ich bin kein Pingplayer, wie ihr es merkt. Ähm, ich, äh, bin eher ein Anti-Pingplayer. Ich hab nämlich eigentlich voll den beschissenen... Ja, und jetzt rufen sie an. Alter, vorhin hab ich noch gefragt, wollt ihr bei der Aufnahme vorbei sein? Was machen sie? Keiner nimmt ab. Äh, Junge, ist es dein fucking Ernst? Ähm, und jetzt auf einmal mitten in der Aufnahme. Denken sie sich so. Jetzt ruf ich an. Mal. Okay, nice. Da hat er sich einfach den Helm nicht rausgenommen. Er denkt sich auch nur noch so... Yolo. Juckt mich nicht, okay. Äh, wer auch immer hier diese Kisten gelootet hat, muss ziemlich dumm gewesen sein. Moritz S... äh... Moritz Kurs geht. Alles klar. Digga! Ähm, Mr. Baktus, Alter. Ich hoffe, du fern... Gut, ich halte mich zurück. Ähm, ich werde jetzt nicht auf die... äh, da... Oh, mach ich, fuck. Ich mach die ganzen Screenshots, wenn ich sprinte. Shit! Just got real! Okay, scheiße, das ist nicht gut. Ich mach das mal ganz... Ah, ne, kann ich jetzt nicht mehr. Fuck. Das ist nicht gut, Leute. Das heißt, ich werde bei Actions so dermaßen asynchron gleich sauer... äh... sein. Das wird richtig geil, Leute. Okay, der backt schön rum. Ah, ne. Okay, ich dachte, der glitscht... äh, glitscht in der Luft rum. So, äh... Ja, ganz sicher. Ich hab ihn nicht mal gesehen. Ah, da ist er. Jo, und da ist nämlich der Nächste, der... Ey, komm, verpisst euch vom Server. So, geh ich mal direkt mal in die nächste Runde. Ich trau mich grad nicht zu sprinten, muss ich ehrlich sagen, weil ich die ganzen Screenshots mache. Und, äh, das wird gleich schön voll gespammt sein mit Screenshots. Egal. Mh, juckt euch wahrscheinlich eh nicht. So, jetzt werde ich noch eben kurz diese letzten Runden spielen. Es ist einfach so, wenn ich so normal spiele, da kommt schon der erste Vollidiot. Ist mein Plan aufgegangen? Natürlich, ja, sie teamen, man. Sie teamen wahrscheinlich auch einfach... Ja, sie teamen, Digga. Es ist doch nicht normal. Und jetzt kämpfen wir miteinander. Alles klar. Ich musste mit Doppel-W, aber... Ich mach jetzt die ganzen Screenshots, wenn ich auf Sprinten drücke. Not nice. Not nice, alles klar. Eisenschwert, nice. Okay, okay, okay. Äh... Gut, das geht doch schon mal klar von der Rüstung her. So, jetzt haben wir auch einen Helm. Äh... Jo. Ne. Äh, Helm, was glaube ich? Ein Brustpanzer. Äh, Leute, das haben wir auch einen Tierbrustpanzer. Das läuft doch, Leute. Wenn das nicht läuft, dann weiß ich nicht. So, jetzt können wir nur abgestoppt werden oder komplett irgendwie laggen oder so. Weil... Anders können wir jetzt nicht sterben. Okay. Gib mal nur Rot-Hits. Ach so, der hat kein Schwertscheiße. Ah, fuck. Ist halt schon jetzt echt mies gewesen von ihnen, muss man sagen. Aber kann ich jetzt leider nicht mehr ändern. Äh, ich... Wenn ich jetzt nicht angegriffen hätte, dann wäre das wahrscheinlich... ...als Teaming durchgegangen. Und da möchte ich jetzt eigentlich wirklich nicht eingreifen in den Kampf. Weil ich weiß, dass da gleich einer von den beiden kommt und mich abstaubt. Okay, aber den möchte ich schon doch noch gerne loswerden. Obwohl, ist der hinter mir? Naja, eigentlich könnte ich... Hm. Der rennt natürlich jetzt die ganze Zeit weg und roddelt mich. Gut. Ähm. Hätte ich ja... Ja. Dann lasse ich ihn halt in Ruhe. Wenn das so will. Oh mein Gott, die Aufnahme ist schon acht Minuten lang. Ich werde mich gleich so aufregen, dass es so asynchron ist. Oh nein, er hat auch ein Eisenschwert. Aber er wurde... Ja, okay. Hm. Solange er gleich jetzt nicht den anderen Typen killt, ist alles gut. Okay, den... Boah, ich hab grad übel Schiss abgestaubt zu werden von dem gleich. Ich werde doch gleich hundert pro abgestaubt. Oder fallen Lava oder so. Irgend so eine Kacke. Ja, komm, Alter. Was ist denn mit dir los? So. Ja, oh nein. Und es ist auch noch wirklich diese Lava-Map. Komm, spring in die Lava. Komm, kämpf doch bitte einfach. Ich hab keinen Bock, mit euch zu kämpfen. Außer mit dem Typen. Mit dem hab ich schon Bock. Weil er kann, glaub ich, wirklich was. Also es scheint wirklich so... Oh, wie knapp es war. Er wird fast in die Lava reingefallen. Oh, Bowficker. Ich hasse Leute, die mir die ganze Zeit nur mit Bow spielen. Und er erzieht, glaub ich, wirklich so eine halbe Sekunde. Er erzieht, glaub ich, wirklich so zehn Minuten lang, bevor er... Oh, Mann. Ich trau mich einfach diese Sprünge fast gar nicht mehr. Okay, ich find's schon jetzt grad ein bisschen scheiße, dass wir beide auf den gehen. Aber können wir jetzt nichts machen. Shit happens. Er ist so ein Lava! Ich werde doch gleich 100 pro abgestaubt. Oder fallen Lava oder so. Irgend so eine Kacke.